Ich werde kurz zeigen, wie sich Videos auf Mahara einbetten lassen. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder als eingebettetes Medium mit einer Videodatei, zum Beispiel im Format MP4, oder als externes Medium, dann braucht man zum Beispiel einen YouTube-Link. Also mal die erste Variante mit den eingebetteten Medien. Dafür gehe ich auf meine Beispielansicht, das ist so mein Link-Portfolio, das brauche ich auch sonst gerne als Beispiel. Da wähle ich Ansicht bearbeiten. Und sobald die Seite da ist, gibt es da den Punkt Neuen Block hinzufügen. Ich kann jetzt sagen, wo das hinkommt. Und ich sage jetzt mal ganz oben auf der Seite hinzufügen. Da erscheint hier gerade eingebettete Medien. Das wähle ich jetzt aus. Und muss jetzt hier bei den Medien diese Datei aussuchen. Ich habe noch nicht hochgeladen. Ich werde sie hier in diesen Ordner Dateiablage hochladen. Da diesen Haken, durchsuchen. Schreibtisch. Das hier als Beispiel. Die wird jetzt hochgeladen und auch gerade ausgewählt. Ich kann die noch einen Namen geben. Und speichern. Und schon erscheint hier oben dieses Video eingebettet. Ich kann das auch abspielen. Das hier hat nicht viel, aber ja. Kann man hier sich jetzt anschauen. Dann die zweite Variante. Das wäre eben die hier mit einem externen Medium. Dafür brauche ich diesen Link hier. Diesen YouTube-Link. Kopieren. Geht auch jedes andere beliebige YouTube-Video. Vimeo geht sicherlich auch. Muss halt ausprobieren, wenn es noch andere Plattformen gibt. Da Plus wieder. Log hinzufügen. Wieder oben. Und dieses Mal muss ich hier ein paar Mal auf mehr klicken, bis alle Inhaltstypen angezeigt werden. Zum Beispiel hier dieses externe Medium, was ich jetzt verwenden möchte. Externes Medium wählen. Dann die URL eingeben. Und da sieht man auch, welche Services alle funktionieren. Das Schweizer Fernsehen scheint zu klappen. Könnte noch die Größe eingeben. Lasse ich jetzt alles mal und speichere das ab. Jetzt erscheint hier oben dieses Mein-YouTube-Video. Das kann ich vielleicht dann noch neben das andere Video packen. Könnte auch die Größe noch anpassen. Vielleicht so seitenbreit. Genau. So, ist immer noch zu klein. Allein jetzt sieht man es mehr oder weniger. Ich könnte es noch ein bisschen höher machen. Damit man alles sieht. So, jetzt sieht man sicherlich alle. Und kann es jetzt abspielen hier. Genau. Also so. Das wären die zwei Möglichkeiten, wie sich Videos in deiner Ansicht auf Mahara integrieren lassen. Viel Spaß beim Austrobieren. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.